Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren, hoffentlich siegreichen Part, Fußballmanager 13. Und da wollen wir noch mal gucken, dass wir hier wieder an unsere Leistung der vergangenen Tage anknüpfen können, bei diesem wichtigen Spiel. So, auf geht's. Noch relativ runter ist die Führung und der Ausgleich. Und wieder die Führung und das 3-1, sehr beruhigend. Aber auch sowas haben wir durchaus schon mal verschwendet, verplempert und das gegen schlechtere Mannschaften als Braunschweig. Also bitte wach bleiben, Jungs. Aber ich bin trotzdem mal guter Dinge. Obwohl die Noten jetzt nicht so berauschend sind. Aber vielleicht haben die Vertragsverlängerungen dann doch ein bisschen gezündet. Wie sind denn die Noten der verlängerten Benatira? 2,5 Schulze, 3,0 Bloops, 4,0. Naja, geht so. Oh, das läuft aber Benzahar endlich mit seinem Türchen. Sehr schön. Das ist doch beruhigend. In so einem Spitzenspiel zeigt meine Mannschaft, dass sie wirklich eine Spitzenmannschaft ist. Das lasst ihr noch nicht wieder rankommen. Lustenberger verletzt, Alter. Sehr gut. Sieg, Junge! Die ganze Offensive trifft. Sehr schön. Und wir schnuppern wieder oben dran. Das geht doch so langsam bergauf. Androhung, dass Neuzugänge kommen und dann läuft er doch wieder wunderbar. Ja, so stelle ich mir das vor. James McFadden zu Sunderland. Und Mamadou, du Sissoko. Ja, hier oben sehen wir dreimal die Hertha. Benatira bis 2017. Brooks und Schulz. Also Brooks bis 2018 und Schulz auch bis 2017. Manu und Trottenheim anscheinend in der Krise. Uh, Alex Ferguson vorausschmiss. Und unsere Reserve gewinnt auch mal wunderschön. Ja, Pokalspiel gegen Kaiserslautern. Das müssen wir auf jeden Fall jetzt irgendwie auch noch erfolgreich bestreiten. Das wäre wirklich sehr schön. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Bitte. Oh. Das hat auf jeden Fall mal hier der gute Burjardt verdient. Ähm... Ah, ich meine, das müssen wir wohl machen, so. Der Chor, sobald er von Anfang an spielt, ist er raus. Das gibt es gar nicht. Also Benzahar eindeutig besser als Semihalakui. Der kommt einfach nicht so recht in Tritt. Schade. Potenzial hat er ja. Ja, das sind die Neuzugänge vom nächsten Jahr. Vorsogeier, wenn er nur bei Leverkusen mal spielen würde, wäre das schön. Der kommt nämlich meistens bei der Hertha an mit einer Stärke von irgendwas bei 50. Und damit kann man mit dem nicht mehr viel anfangen. Und dabei sieht man ja auch gerade in Real, dass das ein richtig guter Kicker ist. Der hier geht zu Schalke, ne? Holen die sich mal einen ordentlichen Linksverteidiger. Gibt's hier gar nicht. Okay. Puh. Wird das schwer. Gerade mit den Ausfällen, die wir haben. Egal, kommt schon, Jungs. Ich bin mal mutig. Heimspielpokal, Heimspiel, Jungs. Burichard hält gut. Das ist aufgrund seiner Trainingsleistung sehr schön. Mayer hat gute Form. Ansonsten. Wir haben keinen Innenverteidiger. Lassen wir es erstmal so. Ne, ne, ne. Wer kann F-Meter schießen? 55, 65. Nur der Allakry, 65. 61, nicht so schlecht. 56. 56. Nein. Nein, ey, leck mich ab. Das gibt's doch nicht. Mann, ey. Scheiß, kreises Lautern. Immer kreises Lautern, ey. Das lief doch gerade so gut. Mann. Wo ist denn hier noch irgendein sympathischer? Ja, ja, läuft alles wieder scheiße. Mann. Kacke. Dafür muss ich jetzt Ingolstadt abballern, sonst werde ich echt sauei. Mann. 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 Timm, 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 Timm. So, jetzt sind wir mit Artikeln voll, aber die beiden entwickeln wir trotzdem noch. Sonst verschwinden die nämlich irgendwann mal aus dem Sortiment. Und dann stehen wir da. So, Marktwerte werden natürlich mit einem Weiterkommen besser gewesen. So explodieren sie noch nicht wirklich, also pfff. Teuerste wäre Ronny. So müssen wir erstmal auf den Aufstiegsplatz kommen. Und dazu müssen wir gegen Ingolstadt ganz einfach gewinnen. So, Lasocka, wenn du wiederkommst, ist dein stärker Fuß, dein schwacher Fuß auch noch stärker, hoffe ich. Dann bist du noch gefährlicher als ohnehin. Schulzi, Schulzi, Schulzi. Ja, Thomas Kraft von dir muss einfach noch mal mehr kommen. Das mit dem verschossenen Elfmeter musst du wegstecken. ist ja auch Spieler des Monats geworden, der Ronny. Hat den Elfmeter verschossen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alles Ronny schuld, dass wir auch rausgeflogen sind. Naja. Kedera. Röker. Kur. So, hier sind wir doch langsam wieder auf dem guten Dampfer. Ben Sahar. Ben Sahar verbessert seinen Abschluss. Das ist sehr schön. Wird er vor dem Tor hoffentlich gefährlicher. Ja, durchaus. Kann man so stehen lassen. Zwickau hat Interesse an mir. Saarbrücken hat Interesse an mir. Tottenham hat Interesse an mir. Aber ich bleib erstmal hier. Ich hab hier was gut zu machen. Bevor wir nicht da stehen, wo ich stehen will, geht's auch nirgendwo anders hin. Mukta bricht Training ab. Ja, wunderbar. Ey, du gehst mir doch so auf die Eier. Gegen Carl Zeiss Jena. Ronny, Fußballer des Monats. Team ist sehr enttäuscht. Ein schwacher Fee geschlagen. Und Lusti fehlt noch ein bisschen. Hm. Ist das nicht herrlich? Huch. Tic. Tic. Und noch ein bisschen. Tic. Tic. Hasнул Fee geschlagen. So, ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Wir sind nämlich wieder schon in der Zeit soweit. Und im nächsten Part sehen wir dann, wie wir hier gegen den FC Ingolstadt uns verkaufen. Also, schönen Tag noch und tschö.